Hi, ich heiße Andrea und das ist die CoinCouch. Hallo Susanne und willkommen bei der CoinCouch. Uh, bin ich heute richtig aufgeregt, weil wir haben ein paar schöne Münze auf dem Münzentisch und natürlich möchte ich, dass Sie euch zuschauen. Erstmal, ich habe ein paar Fragen über die CoinCouch. Was denken euch über die Videos bis jetzt? Haben Sie ein paar Tipps oder Kommentare? Natürlich, wenn Sie möchten etwas sehen oder wechseln. Ich weiß, wir haben ein Thema in diesem Moment wegen der Audio, wegen der Tone. So, ich versuche das ein bisschen besser zu machen. Vielleicht im nächsten Video kommt ein Mikrofon oder was. Aber das ist mein Kommentar. Haben euch etwas? Natürlich schreiben Sie das in die Kommentare. Aber Sie sind hier für die Münzen. So, schauen wir auf den Tisch und ich wähle ein paar für heute. So, Leute, das ist ganz, ganz schwer heute. Es gibt so viele schöne Münzen hier auf dem Münzentisch. Oh, ich denke, ich muss. Ich muss, ne? T-Rex, es mal. Und dann, ja, der Tokio, ein lippisches Spiel und die kleine hier. Und fangen wir an mit einem großen Münzen. Jurassic World 2021. T-Rex. Antique Finish. Sehr cool. Zwei Münzen hier, ne? Die Packung gefällt mir auch. Das ist auch cool. Und drin. Dieses hier, dieser Karton. Sieht sehr cool aus. Und die Münze ist sehr sicker. Da drin. Und. Tada. Sieht sehr cool aus, ne? Auf deiner Regale, oder was? Sehr schön. Und das ist sehr einfach. Offen machen. Vorsichtig. Oh, 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 oh. So, kommt der Münze. Oh, mein Gott. Cool, oder? Ja. Ich hatte das gewalt, weil ich denke, oh, komm jetzt. Das ist ein bisschen Spaß, ne? So, da gibt unsere große T-Rex. Der Mund. Sieht sehr cool aus. Viele Datei. Und die Füße auch. Sehr cool. Ich finde das immer lustig bei den T-Rex, wie klein die Hände sind, ne? Oh, geil, ne? Sehr cool. Oh, als Kind, ich habe alles von Jurassic Park gesehen. Und der T-Rex war immer am besten, oder? Sehr cool. So, das gibt hier, von dieser Münze, 600 Stücke. Das ist die Auflage. Und das ist 5 Dollar. Können da sehen. Und genau, Nui. So, natürlich haben wir Queen, oder Königin, Schulegang, Elisabeth der Zwei. Und ich muss sagen, das ist die kleine Ding, das gefällt mir nix über diese Münzen. Der Text, das so groß ist, ne? Vielleicht das würde besser, wenn das ist kleiner und folgen sie der T-Rex. Oder das ist ein bisschen, boom. Zu viel in der Mitte, da, ne? Ja, das ist nur in meiner Meinung. Das ist vor der Coin Company. Sie können das nehmen, in meiner Meinung, oder Sie können das was anderes sagen. Halt die Klappe, oder was, oder? Aber ja. Diese hier, diese Outline, das ist sehr cool. Und der Datei ist auch dabei. Sehr schön. Es gibt auch ein Certifikat und drin sind mehr Info über dieser Jurassic World und der Münze und natürlich der Firm und deine Nummer. Die Nummer von der Münze. Und dann, man weiß bestimmt, ja, zum Beispiel hier, ich bin 490 von 600. 100. Schön. So, jetzt sind wir ein bisschen mehr aktiver für unsere Olympische Spieler in Tokio. Sind Sie bereit? Ich bin ganz, ganz gespannt. sehr cool. So, das ist 5 Euro. Kopf für Nickel und natürlich das ist in Stempelglanz hier. Sehr schön. Auf dieses Münze haben wir diese Oh, wie heißt das? Berg Fuji? Und da diese beräumte Bäume aus Japan. Kirsche Blütenbaumes, ne? Und natürlich das hat die Logo von der belgischen Olympische Team. Und auf diese Münze das ist in Farbe. So, das ist eine Münze zu der Team Belgium. Aber das ist auch eine schöne Münze. Für ein Olympischer Fan. Und das kommt in eine kleine Coincard. Offensichtlich. Und die letzte. Ja, Leute, das ist noch eine australische Münze. In diesem Moment vermisse ich zu Hause ein bisschen, ne? Ja, das ist lange her seit ich nach Australien geflogen und besuchen. Und ja, brauche ich ein bisschen Dinge aus Australien. So haben wir ein Wombat. Und das ist von die Perth Mint geprägt. Das hat die kleine Pi da. und das ist ein 20,21 ein und Silber. Und das ist ein Premium Anlage Münze. Sehr schön. Ein Dollar Stempelglanz und 25,000 von diesen Münzen geprägt. Sehr schön. Und da man kann sehen, der Wombat ist drin in eine große, große Höhlen. und der Wombat sind sehr sehr crazy für diese Höhlen. Normalerweise die sind circa drei Meter unter dem Grund und manchmal das ist bis 20 Meter lang. Ganz crazy. Ganz cool. Und diese Dinge sind so schwer. Aber eins ein bisschen gekuschelt als ich ein Kind war. Das war wie eine große Tüte mit Sand. Ganz ganz stark. So, unsere Münzen für heute. Wir haben natürlich der T-Rex, diese Münze für die Tokyo Olympische Spiel Team Belgien und die süße Wombat. Das ist unser Video für heute. Ich hoffe, diese Münze gefällt euch. Wenn es gibt ein paar Münzen auf den Tisch, der Tisch, das ihr möchtet sehen, bitte guckt mal auf EMKs YouTube-Kanal oder Facebook oder Instagram und mein Lieblings TikTok. Und da kommt mir Unboxing-Videos und Produkte-Videos auch. Sprechen über TikTok. Der Coin Coach kommt auf TikTok. So bitte guckt mal auf At The Coin Couch und dann kommt ein Tag Ich hoffe Spaß und lustige Videos über das Thema von Münzen. Das ist alles für heute. Bis nächstes Mal bei The Coin Couch. Ciao! Ciao!